Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, beziehungsweise zu einem neuen Projekt Ark Survive Evolved mit dem Crank Junior Ja, hallo Und dem Monkey Guten Tag So Leute, Ostzone 1 Ostzone 1 Und auf geht's So, ich hatte schon noch einen anderen Charakter Ja, mir ist auch kalt Mir ist immer kalt Und erstmal Erstmal Gamma hochstellen Und Level Up So, Ostzone 1, wo seid ihr Jungs? Äh, ich bin hier Ich bin am Strand Wow, ich bin auch am Strand Geil Und Wasser, viel Wasser Ganz viel Wasser Ja, sehe ich auch Vielleicht trinken wir einfach den Fluss hier leer Und dann laufen wir einfach durch Okay, passt auf Ganz rechts auf der Karte, unten an den Zipfel Was? Jetzt hast du auch noch eine Zipfel? Ja, ich auch Okay, dann müssen wir uns da irgendwo mal treffen Wollen wir uns einfach ganz unten am Ende dieser Okay, bei mir leuchtet hier schon Äh, Einhorn Ja, ich bin auch unten am Zipfel Okay, bei mir ist hier schon ein Blitzeinhorn Ja, warte, dann suchen wir uns mal Ich bin schon mal am Fasern und sowas Ja, hier Blitz, äh, Blitz Ich hab ein Blitzpferd gefunden Ja, ich auch Ey, du bist genau neben mir gelaufen Komm her Ja, hau das noch Oh, du bist so Nein, ich hab's doch nicht gehauen Ich wollte's tamen, Mensch Aber du brauchst Bären dazu Äh, Cranky, ich muss sagen Äh, ich hab'n Blitzeinhorn gesehen Ich hab'n guten Vorbau, oder? Da oben, ich seh' einen von euch Alles klar Ah, da ist noch einer Pass auf, bleib stehen Ich lade dich ein Ja, lad mich ein Komm, komm, komm Sehr schön Nr. 1 Und hier oben hatte ich eben Nr. 2 gesehen Nr. 2, du blödes Einhorn Monkey, wo bist du? Äh, soll ich dir mal was sagen? Ja, du bist tot? Ne, ich hab absolut gar keine Licks Nice Aber wo bist du? Dann lag das an dem Eternal Mod Geil, ich hab'n Einhorn gezählt Nice Was? Wie fett ist das denn, wir haben Einhorn Das fängt doch schon mal gut an Aber Ja, wollen wir uns einfach mal bei dem Einhorn treffen Monkey Ja Ich kann, ich seh' das Einhorn Komm jetzt, du Ja, Mensch, entspann dich doch mal Oh, Ditto Oh mein Gott, ich werde angegriffen Ich komme Da Da, 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 bleib stehen Bleib stehen, bleib stehen Ich erscheine Steck, red weg Okay, warte, ich lade dich ein Monkey Guck mal, das ist hier so dunkel Monkey, dreh dich um Ich kann das Licht anmachen, hallo Bin ich nicht hübsch? Witz, wirklich Oh, du bist richtig hübsch Ich bitte um Danke Ja, alles klar Dann, müssen wir jetzt mal einen Teleporter suchen Wieso? Oder ein Stargate, damit wir zu unserem Spot kommen Ja, ich weiß, wo wir sind ungefähr Alles klar, dann renn wir nicht so weg Alter, ich muss erst mal was essen Hallo, es geht hier ab Die kippen alle um Ja, nehme mit, oder? Die sind müde Die sind alle müde So Das ist bewusstlos Parasaurus ist getamed Der sieht so aus mit dem Trizerva-Top hier Nehme auch mit Ich lege Bären rein Fängt ja schon mal super an Und noch ein Trizerva-Top, alles klar Das ist ja eine Love Parade hier Übel Lass mal, jetzt regnet das auch mal Mann, Mann, Mann Okay, pass auf Ähm Wenn jetzt die ganzen Viecher fertig sind Level 56 Level 32 Das kann ja witzig werden Oh mein Gott Wartet mal ganz kurz Ich muss mal kurz in die Option Und die Alter, wie viel Leben kriegen die Die Einhörner denn? Oha Gut Auch der ist fertig Gut, dann Ähm Oh, Crank Jr Mein Sohn Dann zeig uns mal, wo wir lang müssen Ah, ja Die fährt doch nicht fertig mit Leveln hier Ja, chill Lass das in der Base amachen Noch haben wir keine Base Ja, an dem Spot, wo wir sind Oh, wir haben kein Prey mit, schade Wir haben gar kein Fleisch im Moment Ja, sonst hätte ich die Lilo Sinn auch mal mitgenommen Kommt ihr noch hinterher, ja Ja, ich bin hinter dir Die Tiere können wir auch später da noch abholen Ja Da kämen wir uns einfach neue Sag mal, ich seh nichts, wie süß denn das hier so gut wird Doch, das passt schon Ich seh alles so, so Gamma 4 Ne, hoff ich nicht mal, ohne Ohne, ohne Ich leuchte, ich renne einfach dem Leuchten in etwas Sinn, ey Ja, warte mal Ich geh mal hinten hier vorne zum Block Oh, ja, wir müssen, wir haben eine lange Reise vor Oh nein Okay, ich level mal kurz Hier vorne Erstmal Traglast Habe ich schon auf 1000 Ja, 1000 habe ich auch erstmal und Fortitude muss hoch Fortitude ist, ähm Resistenz Resistenz, genau Und ich bin am Verhungern, echt kalt Ja, Dieter Ich bin am Verhungern, echt kalt Sarko 32 Greif mich an Ah, scheiße Ich bin auch tot Ich bin tot Ja, ey, was soll man machen, also Fängt doch schon mal geil an Ihr müsst doch nicht sterben Für mich Jetzt wird's nur neblig, oder was Respawn So, nochmal So, also dass Sarko schläft Nein, Troodon oder so Ah, scheiße So, ich hab mal auf Gamma 5 gestellt Sag mal, irgendwas hat mich hier betreut Da hast du dann gar keine Farben mehr, oder? Doch Ich hab's extremst hell gerade, also Was hab ich denn hier betreut? Oh, im Pegomaster X willst du mich Äh, Crank Junior, du bist Rikoraptor Ah, okay Du bist teilweise sehr leise, ne? Ne Doch Nein Du musst doch sagen Nein Ruhig Hier vorne mit unseren ganzen Tieren Gut Also dieses, diesen Mikroraptor hab ich getötet Aber ich töte mich ja selber, wenn ich den schlagen Was soll das denn? Sag mal, was macht ihr denn hier? Disco, oder was? Ich verliere Leben, warum auch immer? Weil dir kalt ist, weil du Hunger hast, weil du verdurstest Irgendwann, ja, verdurst den Katzen nicht Ja, weil mir kalt ist Ey, schon wieder so ein Mikroraptor Sag mal, was ist hier denn los? Ich hab erstmal auf 6 gehauen Also 6 Kuter auf Resistenz gehauen Ja So, ich stell jetzt mal Warte, und dafür brauch ich noch Dingens Und Steine Du Leute, soll ich sonst schon mal zu dem Äh, warte mal Ja, du hast das Vieh Äh Okay, ihr Sterber Genau Ihr müsst, ähm Wo, habt ihr die Karte schon komplett freigeschaltet? Gut Ihr seht doch, ganz oben ist so eine kleine Insel, ne? Warte Ups, ich hab irgendwas gepfiffen Ganz oben die kleine Insel, ja Ja, und da am Strand, in der Nähe, also auf der, auf der Seite, wo das ganze Land ist, da am Strand müsst ihr irgendwie spawnen So, ich stell mich mal zu euch und sterbe hier grad mal Da müsst ihr mal gucken, welcher Spawnplatz das ist Also jetzt am besten noch mal verrecken Ja, ich verrecke jetzt Ja, ihr habt ja eh noch nichts Ich hab ne Spitzhacke Oh nein Ich bin aber gleich da Ich springe, ich springe mal hin mit meinem Bett Äh, ich sprüge jetzt die ganze Zeit gegen nem Baum und verhungere, also Oh nee, hier ist ein brennender Waffe Ich hoffe, der töte die mich auch So, einmal kurz selbst fortbegehen irgendwie Du hast dich selbst getötet Äh Ich sprüge dich jetzt kaputt Ich hab 60 rohes Fleisch, 70, 80, 90, 100 Oh, jetzt ist mir wieder kalt und jetzt bin ich irgendwo nicht da, wo ich hin soll Ich kann natürlich auch mal den, den, den Dingens mal anpimmeln Hey, hey, hey Wir wollen schon noch nie wohnen, ne? Ja, stimmt Oh, hier ist ein Spino Geh mal weg Ich möchte lieber zu meinem Spot Danke, tschüss So Okay, ich bin bewusstlos Hier brennt alles Fängt schon mal gut an Also, jetzt nochmal für die Zuschauer Äh, unsere Aufgabe in dieser, in dieser Session oder in diesem In diesem Let's Play ist es, äh, möglichst viele Bosse zu töten Element zu farmen und irgendwann möglicherweise unter Wasser Base oder eben diese ganzen Tagsachen mal Ich hab ein Pferd Nein Äh, oder diese ganzen Tagsachen mal durchzuprobieren Ja, ich hab mich selbst getötet, geil Du bist ja gut Ja, ich weiß Einmal mit Profis, bitte Ostzone 2, Ostzone 3, Nordzone 1 müsste es sein, ne? Ja Ja, Nord müsste das irgendwas sein Ja, Nord 1 bin ich jetzt Ähm Ich bin gleich da Ich muss hier durch Viecher laufen, die mir nicht so bei euch sitzen Jetzt bin ich in nem Busch, wo ich nichts mehr seh, ne? Oh, auch nicht schlecht Oh, Alter Oh, Alter Wo bin ich? Huh, hu! Ei, ei, ei Halbes Leben runter, hey So, ja, ich bin Nordzone 1, jetzt müssen wir uns Monkey, wo bist du gespawnt? Ähm, ich bin hier, wo du gestaunt bist Ich hab aber ne Einhorn gefunden und das tame ich jetzt nicht noch schnell Ja, das hatte ich eben auch schon So Oh, scheiße, Dilo Ach, kacke Sag mal, ich lauf hier die ganze Zeit im Kreis wie so ein Irrer Warum? Ja, ich weiß es nicht Weil irgendwie spinnt hier meine Map Okay Was ist denn das Einhorn, was ich hier eben gesehen hatte? Oh, zwei Dilos verfolgen mich Deine Reden lassen den Hohn weg von mir Deine ist eins So, jetzt versuchen wir mal hier dieses Einhorn-tame Warum schmeißt es mich denn direkt wieder ab, dieses kleine Mistvieh? Mag ich nicht Ja, komm, ja komm Ja, bleib so Bleib so, komm schon, das kriegen wir Ach, nö Oh Und jetzt auf Nordzone eins Okay Okay An was bist du denn eigentlich gestorben? Ich hab's gerade gar nicht Äh, Feuerraptor Oh Okay Man, da retten wir uns nicht so viel 93% Uhu, gleich haben wir dann Haben wir das Einhorn Also ein Feier-Einhorn Ja Charlie Ich nenne es Charlie Gut Ja, mein Horn Sehr schön Ja, ich auch gleich Aber irgendwie Hört das die ganze Zeit ab von mir Äh, Bewegungsgeschwindigkeit erstmal hoch Das freut sich äußerst süß So, wo seid ihr denn? Monkey ist glaube ich immer noch, äh, Ost 1 Hier wird gerade unser Parasaurus gekillt vom Dilo Äh, eigentlich sind die Tiere da im Moment relativ, äh, Latte Ich würde auch erstmal sagen Ach, da vorne ist jemand Hi Hi So, wo ist unser Spot? Wie kommen wir da hin? Ja, ich bin gerade auf dem Weg Boah, bist du blöd? Warum schmeißt du mich runter? Oh, ich hab keine Ausdauer Warte mal Ich geh mal kurz ein bisschen Ausdauer Ich töte mal den Dilo Ey, mich trefft mal den Dilo an Ey, nee, ich bin gleich tot Wie lange dauert das ein bisschen? Nur um 40% Ähm, wann wird das mehr? Durch was wird das mehr? Du sitzt ja drauf, ne? Der rastet dann irgendwann komplett aus Und dann musst du ihm wieder eine Beere reindrücken Oh, jetzt hat er mich K.O. gestangen mit One-Hit Oh Wo ist er hier? Meist ihn runter und tritt mich mit die Beere weg Nein! Betäubungskompen, geh weg Warte, wo bist du? Bist du einfach weiter geradeaus gelaufen? Geradeaus weiter Bin unterwegs Boah, ich bin hier John Wayne auf dem Einhorn, Alter Was geht? Aber ich seh dich nicht Ich seh dich auch Ah, da, okay Ich hab ihn angezündet Ich denke, komm, wie aus hier Oh, scheiß, unser Pferd schläft gleich ein Hau ab Ja, komm, lass uns einfach weiter Warte, ah, er haut schon ab Ja, wir haben ihn umgebracht Nice Sehr schön Ja, ich würd sagen, wir suchen uns erstmal bei dem Spot zusammen Ja Wir können ja dann schnell ein Bett bauen, damit Monkey da spawnen kann Was bist du? Nein! Jetzt kommt hier auch noch ein Lightning-Kompi Nein, Mann, Mann, Mann Das macht richtig Schaden, Mann, was geht Was macht da nicht? Dieser, dieser Kompi 288 Vorschlag Das ist ja auch geil, ich gucke aufs Meer raus und ich sehe alles weiß Komm schon, stirb, Kompi, stirb Komm schon, verreckt er endlich Krank Junior, du wartest kurz? Ja, ja Alles klar Alter, warum verreckt er es wieder nicht? Das macht zwar keinen Schaden an mir, aber Ich bin fast so schnell wie das Pferde, Alter Ja, es ist tot, endlich Ja Bisschen mehr Nahkampfschaden Wow Ich hab dir alles getan Und ein bisschen mehr Leben, so Was machst du denn? Leveln Lass uns doch jetzt mal aufgehen Okay, komm, auf geht's Zeig mir den Weg Okay, ich sterbe wahrscheinlich Ich hab mich karo geschlagen und ich lieg im Wasser Ja gut, wie gesagt, warte, wir bauen gleich ein Bett Wer Glück haben, ist das schon Wenn wir hier lang gehen So weit Achtung, da brennt was Oh Komm schon, verrecke Oh scheiße, ich brenne Oh fuck, das Einhorn ist fast tot Soll ich sonst schon mal zum Spot laufen und gucken, dass ich mein Bett mache? Ich hab mich freigedingst Oh, da hinten ist eine Giftwildwahn Und ein Elektroraptor, scheiße Das geht ab Komm Warum ist das jetzt bei mir so hell immer noch? Ich hab schon Gamma genommen, aber extremst hell noch Okay Okay, ich bin da Oh fuck, irgendwas greift mich an Irgendwas Großes Ah, da ist ein Allosaurus Oh mein Gott, ein Glitzquetscher Geil Blitzquetscher Ja Eieie Kannst du mir mal ungefähr die Koordinaten nennen Von unserem Spot Ich muss durch den Dschungel laufen, um das zu sehen Ich hab ein Einhorn getamed, ne? Was hast du getamed? Ein Einhorn, warte, was für Interessant Fire Unicorn Ja geil, so eins hab ich auch Bin ja auch gerade mit unterwegs Die braucht Bären, ne? Zu fressen Ja So, ich versuch mal Wow, scheiße Komm Ich versuche irgendwie unseren unseren Spot zu finden Oh, bei mir läuft's gerade so richtig unflüssig Das ist nicht gut Und dieser scheiß Raptor ist so verdammt schnell Ich hab ein 24er Ping, ne? Ja, mein Ping ist auch in Ordnung Aber ich hab ja eben aus Versehen Hier ist ein Poisonquetscher Ich hab ja eben aus Versehen meine Grafikeinstellung auf Standard zurückgestellt Und jetzt hab ich ungefähr 26 Bilder pro Sekunde Muss ich gleich zwischen den Folgen nochmal umändern Oh, hier ist noch ein Blitz einhorn Ob ich das noch Kähme? Ein Feuerquetscher Läuft ja hier schon wieder Ja, erste Folge Und wir rennen gerade nur in der Gegend herum Versuchen den Spot zu finden Ja So, ich hab jetzt meins mal auf Gamma 1 gestellt Gamma 1 ist extrem dunkel Ne, es geht eigentlich Bei mir ist das jetzt übelst angenehm Also Okay Ja gut Ja gut Wenn du damit klarkommst, natürlich Warum nicht Alter, da rennt ein Brenner Raptor rum Ähm, ich geh da mal weg, ne? Oh, ich häng schon wieder fest So Ähm Ah, ich hab' den Krieger Ah, nice So hab' ich den Krieger Auf geht, Pinky Warum hab' ich meinen Einhorn Pinky genannt? Ah, jetzt häng ich hier zwischen Bäumen fest Mann, 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 Mann Ich muss gleich unbedingt die Grafikeinstellung wieder zurücksetzen Also wieder umstellen So, dass es, äh, vielleicht ein bisschen Nicer läuft Oh shit Was ist das denn? Ein Sabertooth Und Zwei Sabertooth Und ein Dingens Äh, ein Skorpion Ich bin da mal weg Äh Ist hier irgendwo unser Spot? Sieht nicht so aus Ey Grank Junior, bist du schon da? Ne, ich muss grad erstmal kämpfen hier Wie so ein Irrer Oh Mann Fängt ja schon mal gut an Jaja Fängt sehr gut an War das überhaupt hier bei diesem einen Berg? Ja Okay Oh shit Ich muss dem Einhorn auf jeden Fall gleich mal ne Pause gönnen Das ist Ja Da brennt was, da brennt was, da brennt was Ups, hier brennen alle Tiere grad So, ich bin auf jeden Fall schon wieder irgendwo an nem Meer Äh Alter, zum Glück hab' ich jetzt nen Einhorn gefunden Das mach' ich jetzt nur auf Movementspeed Um den Spot schnell zu Ja Oh, wir rennen hier mal wieder in den Jungle rein Wir rennen hier in nem Sumpf Da müsste irgendwo ein Stargate sein Ja, äh, hier ist Gefährlichkeit Ja Da will mich was töten Ja, auch nochmal für die Zuschauer Ich hab, äh, öffentliche Stargates platziert Ja, ich hab schon mal die Todesinsel gefunden Bin ich gleich da Die Todesinsel war, äh, hier diese kleine Insel im Norden, ne? Ja, genau Ja Ja gut, da war ich auch gerade Hier ist ein Poison Rex Ja, mit was? Mit Luft und Liebe Ja Ja, natürlich, ich weiß, das heißt meistens Achso, ok Das hat doch bei Maki auch geholfen, ihn zu sehen Stimmt Bitte was? Hier ist Obsidian War das jetzt nicht so? Äh, du hast mir letztens strengst im Vertrauen, ich weiß Aber da hast du mir doch erzählt, dass er das auch so gemacht hat Oh mein Gott Was geht ab? Ich bin gleich da Sehr schön Wow, 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 nicht sterben, Einhorn Nicht sterben Sehr gut Muss mir da mal die Koordinaten sagen Ja, ich häng nur gerade im Baum fest Mein Einer hat irgendwas mit 300 Schaden schon 300% oder macht das 300% Schaden, ja Das hier ist jetzt, oh, falsch Das hier ist jetzt bei 600 700, 783 Sag mal, ich häng hier die ganze Zeit in irgendwelchen Bäumen Und jetzt hat mein Pferd gepuppt Oh, nice Aber das ist gar keine Regel Ah, ich glaub Ich glaub, ich hab den Eingang zu unserem Spot gefunden Aber ich bin mir nicht sicher Nein, doch nicht Och man Das Problem ist, mir steht hier alles im Weg Bäume Büsche Noch ein Baum Noch mehr Büsche Oh, shit, 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 shit Denn jetzt Ich greife den Lightning Raptor an Und ich entkomme nicht Doch Ich glaube, ich bin entkommen Wir sind am Poison Raptor Okay, ich glaub, von dem Vieh können wir uns verabschieden Oh, 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 oh Wenn hier nicht ein Stein wäre, ne? Okay, scheiße, Charlie ist tot Nein Charlie, du siehst traurig Das sieht jetzt richtig traurig aus So, ich bin da Ja, bau schnell ein Bett Dann geh ich jetzt auch nochmal drauf Moment Hier ist böse, gerade Ich bin Ruhe, geh weg Deine Raptor, jetzt würdest du mich verarschen? Ja, diese Lightning Oder diese Element Raptoren Sind Extrem schnell Ja, das kommt mit meinem Innern hinterher Ja, meins auch eben Ich hab gerade mal gegen Spino gekämpft A.O. geschlagen Ja, nice Wir gucken mal hier oben Vielleicht ist da ja was Das Problem ist, für die Pets brauche ich doch Leder Hast du nicht ein Einhorn? Kannst du nicht irgendwas Kurz töten? Du wüsstest, was hier alles ist, ne? Oh, ein Lightning Raptor Bringt dir Spaß Oh, geil, ich hab eine Ruine gefunden Oh, noch mehr Raptoren Hallo Ruine Oh, scheiße Mach dich ab Das will ich gar nicht Geh weg Geh weg Oh, jetzt greifen mich Kommis an Ey, ich finde unseren Spot nicht Kannst du Ah, nee Schlafsack brauchst du ja auch Leder für, ne? Scheiße Ich muss gerade mal gucken, was ich hier, wie hier an Leder komm Weil die Einhörner machen... Bitte nicht Einhörner machen wir Okay, ich glaube, ich bin... Ich glaube, ich lass mich jetzt umbringen Äh, ich bin... Nein, doch nicht Weiter! Hier! Kurz hinlegen, komm, leg dich hin Ach du Scheiße Scheiße, Mann, was ist das denn für ein Start hier? Ach du Scheiße Ich bin noch heute Morgen Ah! Äh, Nordzone 2 ist viel näher dran Okay Ich prüge jetzt mal meine Bewegungsgeschwindigkeit schnell hoch Wenn du nämlich Nordzone 2 bist, brauchst du einfach nur den Dschungel hochlaufen Okay Äh, ich lass mich jetzt kurz umbringen Dann... Ja, dann versuch ich da nochmal Äh, ja, das war's dann auch mit der ersten Folge Ein bisschen Überlänge jetzt Ähm Ja, lief jetzt nicht so wie, äh... Wie erwartet Kann man jetzt nicht ändern Ähm... Ja, wenn's euch gefallen hat Lasst gerne einen Daumen da Oder ein Abo Oder... Einen Kommentar Ja, jetzt hab ich's Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Leute Wollt ihr noch was sagen? Jo, tschüss Tschüss